Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Pempelfort. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 100 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1950 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Achtung.